jo leute willkommen zurück zu hashtag frag dem besten frage format am abend und diesmal mit der frage darf ich am 25 1 2018 gegenteilig alle deine videos liken und ich für diesen einen tag haten wenn du dich 2018 an diese frage daran erinnerst dann gebe ich dir die erlaubnis ja darfst du gerne tun weil es sind sowieso nur von videos design des likes und mit hate komme ich klar und zur not wirst du halt für einen tag gebannt ist mir eigentlich scheißegal also von daher kein thema so halten wir es kurz das video war schön wenn ihr fragen habt hashtag frag kennt er ja und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer frage dann ist auch wieder der idee mit dabei hoffentlich darf er die frage dann wieder vorher lesen da freut er sich immer drauf also ciao